Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich war jetzt gute fünf Tage nicht da und die Clanspiele haben schon begonnen. Ja, mal sehen, ob die jetzt für mich wieder attraktiv sind, was heißt wieder. Also ich habe viele Freunde hier in Clash of Clans gewonnen im Laufe der letzten Jahre, aber einer ist auf jeden Fall nicht mein Freund geworden, das ist er hier, der Clangames-Chef hier. Ich mag die Clanspiele nicht so sehr, muss ich sagen, aber sie sind ja verändert worden. Und da gucken wir in jedem Fall mal rein, ob das jetzt verschlimm-bessert wurde oder ob das jetzt wirklich attraktiv ist, besser ist, schneller ist, toller ist und so weiter. Bevor ich aber loslege, noch ein kleiner Hinweis, den habe ich mir noch nicht gekauft, den werde ich mir aber kaufen. Sieben Tage noch Zeit, wenn ihr einen Creator-Code eingebt, dann müsst ihr einen anderen nehmen als Toto oder Toto Clash, sondern nehmt er den Noobs oder nehmt er den Ezu oder wen auch immer. Nur nicht mich, ich habe immer noch keinen, damit habe ich auch eine Zuschauerfrage beantwortet unter dem Kommentar oder unter allem meiner Kommentare. Und was ich aber in jedem Fall gemacht habe, ich habe natürlich ein anderes Game gesucht, das wisst ihr. Und ich gebe euch ein paar Eckdaten, acht Level noch to go, also ich habe es wirklich extremst gesuchtet, aber ich habe es trotzdem nicht verpasst, das war das Coole, ein bisschen WM zu gucken, also die Qualifier. Und zwar gerade das letzte Game hier, Tribe gegen Watang. Ich habe so ziemlich viel live gesehen, weil ich auch extremst lange immer gezockt habe, vor allem am Wochenende bis in die Nächte rein und habe dann nebenbei immer ein bisschen Clash of Clans beim Noobs geschaut. Und da habe ich das so beiläufig mitbekommen, dass dort die Qualifier gespielt wurden, beziehungsweise ich hatte das gesehen im Plan, dass dort die ganze Woche ja die Ausscheidung waren. Und Tribe hat aber noch eine Chance im, ich nenne es mal so, Loser Bracket, doch noch dort hinzukommen. Aber müssen wir mal sehen, alles gar nicht mal so einfach und die anderen können ja auch spielen, aber mal sehen, ob ich überhaupt noch spielen kann. Gehen wir mal rein in die Clanspiele, 0 von 4000, 2 Tage, 21 Stunden. Ich habe auch ganz schön viel verpasst, aber es soll ja jetzt schneller gehen. Teilweise sogar mit einem Spiegel, gucken wir mal, aber es gibt keine gelben Punkte mehr. Das weiß ich jetzt gar nicht, da muss ich mal drauf achten, ob es noch gelbe Spiele gibt, wo man die doppelte Punktzahl bekommt oder ob es noch die einfache gibt. Ich meine, 200.000 Elixier ist jetzt echt nicht viel, das schafft man jedenfalls in einem. Acht Stunden habe ich dafür Zeit, okay, da kann ich auch ein paar Minen und Sammler nehmen, also nur ein paar Sammler vom Gegner und würde das sogar in acht Stunden, glaube ich, schaffen, selbst wenn die leer wären, also fast leer. Aber mal gucken, wir gehen mal rein und was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche mal immer von allem nach wie vor, will aber gar nicht mal so hoch stapeln, denn ich habe eine Armee dabei, die nehme ich nicht so gerne. Ich wollte jetzt auch ganz gerne mal die Königsgeister ausbilden, denn wenn wir sie schon sieben Tage lange haben, dann würde ich die natürlich auch ganz gerne mal anchecken, vielleicht sogar mal im Klankrieg, weiß ich nicht so genau. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, aber der sieht gut aus. Der sieht sogar sehr gut aus. Der sieht sogar sehr gut aus. Und wir wollen mal gucken, wo wir hier rumfangen, Single Inferno, okay, Feger steht dort. Dann machen wir das mal hier. Machen wir das mal hier. Okay. Dann schicken wir hier mal den King drauf. Hier hinten nehmen wir die Queen. Die kann auch ruhig rumgehen, die Queen. Das ist nicht so schlimm, die soll uns hier nur ein bisschen fangen. Genau wie die Ballons das gerade machen sollen. Und muss allerdings da hinten den Feger wegbekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich den Feger wegbekomme. Oder halt, oder halt, Friesen. Mal gucken. So, den Kollegen stellen wir mal auf Luft. Und den nehmen wir auch mit rein. So, dann geht das los. Wo ist der Feger? Da ist der Feger. Den müssen wir immer so ein bisschen wegfrosten hier. Mal sehen, wie wir das hier geschafft bekommen. Und trotzdem zieht er mir das jetzt wieder, zieht er mir das da durch. Beziehungsweise, ich muss hier hinten, glaube ich, die Wutkreise legen. Okay, schnell mal den, na, sag schnell. Ja, hier wird schon die Gladiatorin gezündet. Und, oh, wir sind nicht in die Mitte gekommen. Wir sind dort nicht in die Mitte gekommen. Schade auch. Aber vielleicht noch ein Hit auf den, na, schade. Okay, ein Hit war es noch. Den muss ich immer mal wegwerfen. Der passt gleich nicht in meine nächste Armee rein. Und, naja, okay. So kann man es nicht machen. 300.000 haben wir jetzt nur gekriegt. Und so ein bisschen, bisschen Gold und Elex. Okay. Aber ist halt Luft. Luft ist auch nicht mein Ding. Aber wir haben die 200.000, glaube ich, geschafft. Das Clanspiel in jedem Fall erfüllt. Und auch noch nicht mal. Okay. Aber das ist aber das Clanspiel completed. Okay. Auch nicht schlecht. Und ich nehme jetzt aber mal so was hier. Und zwar nehmen wir mal so ein paar Königsgeister. Wie viel nehmen die denn nochmal? Ach, acht, nehmt ihr nur am Platz. Okay. Können wir hier mal reichlich mitnehmen. 30 Stück würde ich sagen. 30 Stück, ein bisschen was zum Funnel. Und dann nehmen wir einen Sprung. Ja, wir brauchen eigentlich gar kein Sprungzauber, ne? Eigentlich brauchen wir gar kein Sprungzauber. Und jetzt lass mal überlegen. Und jetzt lass mal überlegen, 1, 2, 3, 4, würde ich sagen. Oder ich spare mal das Dunkle doch. Wir brauchen doch einen Sprungzauber. So machen wir das. So machen wir das. Und dann trainen wir mal einmal nach. Die können wir nochmal fordern. Ja. Also, erstes Clanspiel haben wir im Sack. Okay. Das gab es aber schon immer, dieses Clanspiel. Mit diesem einen Punkt. Aber es gibt immer noch keine, wo es die doppelte Anzahl an Punkte gibt. 150 Destruction und Multiplayer-Battle. Das schafft man natürlich nicht mit einmal. Da muss man mindestens zweimal ran. Okay. Aber irgendwas im Nachtdorf. Multiplayer-Segmente, ein paar Mauern. Ah, das geht eigentlich alles, ne? Den müssen wir eigentlich mal eben trashen. Denn ich glaube, in Rathaus 7 macht hier keiner mehr. Nehmen wir den mal eben nach. Dann kommt auch sofort ein Spiel für uns nach. Äh, bum 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 bum. Warum ist denn das nicht mehr so hübsch und buntig? Ah, jetzt ist es wieder bunt. Kleiner Bug. Okay, kleiner Bug. Jetzt ist es wieder bunt. Oder wir nehmen hier einen Golem. Earn a Style Multiplayer using a Golem. Okay, das können wir machen. Drei Stunden. Ich glaube, so ein Drei-Stunden-Ding haben wir noch nicht gehabt, ne? Ich glaube, so ein Drei-Stunden-Teil haben wir noch nicht gehabt. So, ich muss einen davon usen. Gut, okay. Und angefordert habe ich ja. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Der Dark Rebellion braucht ein paar Lohns. Die können wir eben mal machen. Aber wir machen mit einem anderen Account. Also, ich mache mal einen kurzen Cut. Und dann machen wir noch ein, zwei Spielchen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Und laufen ja auch noch ein paar Tage. Zwei Tage, 21 Stunden. Mal sehen, wie viel ich hier noch raushole. Bei den anderen Sachen, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe hier unten die Challenge auf 96% im ersten Wurf geschafft. Das heißt, so wie ich es gemacht habe von... Wie habe ich es eigentlich gemacht von... Ich glaube, ich habe von drei Uhr angegriffen. Ich glaube, ich habe von drei Uhr angegriffen. Ich habe hier alles reingesetzt. Alles hier unten rein. Beziehungsweise erst mal ihn hier. Weil der den... Der Worden hat... Den Jack. Der Worden hat den Jack. Ich glaube, ich habe einfach alles gesetzt hier. Irgendwie so war das. Oh, den Worden habe ich gar nicht umgestellt. Jetzt steht er auf Luft. Okay. Der kommt noch aus meinem Game. Der steht noch auf Luft. Und so habe ich das hier tatsächlich gemacht. Das erste Mal. Und habe damit 96% geholt. Danach wollte ich das so machen wie die Pros. Ja, also wie so ein Herr Itzo oder wie ein Herr Mobile Fanboy. War alles nicht gelungen. Exakt die gleichen Taktiken ist mir alles nicht gelungen. Nachspielen gelingt mir irgendwie nicht. Nicht wirklich, so muss man es sagen. Nachspielen gelingt mir nicht wirklich. Und Unsichtbarkeit-Zauber hier rein. Einmal den Heilzauber worden. Ist ja leider schon gezündet an der Stelle. Und nochmal den Unsichtbarkeit-Zauber. Aber ihr seht das hier selbst. Selbst so geht das schon ganz gut. Wir müssen nur das Rathaus kriegen. Und jetzt natürlich, ja, die Clanbook ist ein bisschen nervig. Was da also alles raus und reinkommt. Aber dennoch habe ich so tatsächlich schon mal 96% geholt. Glaubt man jetzt nicht wirklich. Aber es ist so. Aber ich habe mich so aufgeregt. Deswegen mache ich das nicht mehr. Deswegen spiele ich das nicht mehr. Zumindest nicht mehr öffentlich. Sonst kann es sein, dass mein Tablet irgendwo in der Ecke liegt. Oder sowas. Ich habe mich echt abgenervt, was dieses Challenge angeht. Aber jetzt mache ich den kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hatte irgendwie vergessen, was wir eigentlich machen müssen. Ja, aber wir müssen Golems machen. Okay. Ich habe schon mal Gegner rausgesucht. Stimmt, wir müssen Golems machen. Wir müssen Golems machen. Hier können wir vielleicht gleich was anderes nehmen. Müssen wir mal schauen. Gehen wir mal nach da. Und ich würde sorgen, wir nehmen hier 1, 2, machen wir es mal so. Einmal so. Einmal so. Da haben wir schon mal die Quellenfalle ausgelöst. Schnell einmal einen Royal Champion hier mit dazu. Dann sollte das in jedem Fall funktionieren. Riesenbombe auch schon mal ausgelöst. Perfekt. Und dann gucken wir mal, wo die Queen dann so hinläuft. Beziehungsweise wo jetzt gleich meine Mauerbrecher so hinbrechen. Äh, auch in Riesenbombe. Okay. Och, nö. So, einmal für den Dicken hier. Jetzt brauchen wir noch mehr Wut hier. Oh, ich habe gar kein Fries mehr sehe ich gerade. Shit. Ich habe Goor kein Fries mehr. Auch nicht schlecht. So, dann lenken wir das da mal ein bisschen ab, das Nu. Ach, ärgerlich. Okay, aber das ist gleich nur ein Hit. Das gleich nur ein Hit, würde ich sagen. Dann machen wir das so. Spielen das hier raus. Und gehen mit unserer anderen Meute hier mal rein. So, den mit dazu. Und neun Huggies. Mit rein in den Start hier. Den Royal Champion. Ich gucke mal, ob wir uns das Rathaus holen. Weiß ich noch nicht. Wir sollen mal sehen, ob wir uns das Rathaus wirklich holen. Ah, der Skitter da. Uh, der ist schwierig. Scheiße. Ja, 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 ja. Okay. Da geht ziemlich viel außen rum. Wir sollen mal gucken. Den nehmen wir noch mal richtig in Wut hier. So, und dann geht es dadurch, dadurch, dadurch. Und dann nehmen wir schnell mal den Champion hier. Macht er doch das Rathaus. Okay. Ist nicht so schlimm. Macht er doch das Rathaus. Ist alles klar. Da haben wir noch 5 Magier. Wo können wir die denn verbrätseln? Oh, wir haben aber ganz gut was an Loot geholt. Diesmal. Ich glaube, auf jeden Fall besser. Mal sehen, ob wir noch den ein oder anderen Prozent bekommen. Aber wir nehmen gleich auf jeden Fall die Königsgeister. Und natürlich den Golem für das Spiel. 3 Stunden läuft es. Die Zeit läuft auch ein bisschen angepasst worden. Also sind nicht mehr 8 und 1 Stunde. Sondern es gibt halt auch mal so ungerade Zahlen. So will ich es mal sagen. Ah, die Hitten da hinten auch nicht mehr auf den Boden. Okay, aber es macht doch nichts. Die 26 sind ihm noch gegönnt oder gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich nur mal gerade überlegen, was wir tatsächlich mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal den hier und den hier. Den setzen wir gleich. Und haben natürlich jetzt eine volle Armee. Ah, was nimmt man hier netterweise rein? Ich wollte eigentlich so eine... Ich glaube, ich requeste das gleiche nochmal. Und die Golems, den Golems habe ich auch noch nicht auf Max Level. Den habe ich noch nicht auf Max Level. Weil ich im Moment hier natürlich gar nichts weitermache. Also war Kyre, Golem und Minions noch nicht weitergemacht. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, ob das sinnvoll ist. Aber ich wollte eigentlich ja die Pets hier durchleveln. Und da haben wir ja noch 8 Level, nee, mehr zu machen. 5 Level und 7 Level sind 12 Level noch Pets leveln. Ist auch noch ein kleines, kleines, kleines Stück bis dahin. Aber ich werde mir mal eben Truppen geben. Und da machen wir in jedem Fall noch einen Angriff. Wir sind in einer Liga. Hurra. Und dann können wir hier auch wieder fröhlich drauf losclashen. Wie can we saw. Okay. Alles klar. Auch nicht schlecht. Bin gleich mal auf die Königsgeister gespannt. Denn die habe ich noch nicht angespielt. Also mal sehen, wie wir uns damit schlagen. Und was wir damit machen. Ich würde sagen, wir holen uns nur ein Rathaus mit ein bisschen Loot. Und haben ja in jedem Fall das Clanspiel offen. Für wie viele Punkte? 150. Das ist auch nicht viel. Da muss man jetzt mehr Clanspiel machen. Weil ich, also ich bin ganz ehrlich, ich vermisse hier so ein bisschen die Hammer-Teile. Hier so 1000 Punkte für 2000 Mauern im Nachtdorf. Weißt du? Solche Geschichten. So Spaßgeschichten. Wo du dann nur die Mauer-Vernichter da nimmst. Nicht die Mauer-Vernichter, sondern die Bomber. Und greifst mit denen die ganze Zeit an. Da machst du 2000 Mauern und gut ist. Die vermisse ich so ein bisschen. Das heißt, man muss jetzt schon extrem viel spielen. Aber die komischen Dinger hier, die habe ich jetzt auch. Die freundlichen Blumen hier. Die sind aber so unfreundlich, dass die bei mir mal wieder nicht am Rand spawnen. Dafür müsste ich dann, glaube ich, auch eine andere Base haben. Aber mal sehen, eine Schippe. Ein Teil davon behalte ich. Kurzer Cut. Und da machen wir dritten Angriff. Bis gleich. Ich mache es mir mal ein bisschen einfacher. Ich nehme jetzt mal so. Ich wollte gerade sagen, so einfach ist es auch nicht. Ich nehme mir jetzt mal so eine Base hier. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe noch mal ein bisschen umgebaut. Irgendjemand muss natürlich auch ein bisschen Cleanup machen für die Lager. Und da liegt es natürlich nahe, dass das dann so ein Kollege macht. Beziehungsweise, dass ein Magier macht. Oh, die gehen ja auf alles, die Königsleister. Ich dachte, die gehen nur auf Defenses. Okay. Ich dachte jetzt, die gehen ja doch auf alles. Ich dachte, die gehen nur auf Defenses. Okay, da war ich mal wieder verbeilt. Ich hatte wirklich gedacht, die gehen auf Defenses hier. Aber jetzt gehen wir auf die Defense. Okay. Perfekt. Dann kann sich der King gleich unter Umständen schon mal ein Rathaus holen oder sowas. Da hinten ist das. Dann nehmen wir die beiden Bohrer mal mit hier. Ihn hier. Ihn hier auch. Da. 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 15 Stück. Haben wir noch reichlich. Da haben wir noch reichlich, Leute. Da haben wir noch reichlich. Und das ist natürlich auch ein kleines Trauerspiel hier, was letztendlich den, ähm, die Zeit so ein bisschen angeht, sehe ich jetzt gerade. Oh nein, der Haus. Jetzt hittet der das Rathaus da schon an. Mist. Mist, jetzt hittet der das Rathaus da schon an. Ihr seht nicht gerade die schnellsten, ne? Jungs, eine Riesenbombe ausgelöst. Schade, schade. Den Inferno will ich in jedem Fall noch weg haben. Aber wir können hier schon mal mit unserem King rein. Und, ähm, pop, pop, pop. Der King macht das ja eigentlich alleine da, ne? Der King macht das eigentlich alleine. Dann nehmen wir hier hinten mal den World Champion. Äh, nicht den World Champion. Den Mauervernichter. Und der King soll sich das da ganz alleine holen, bitte. Hat er auch gemacht, okay, perfekt. So, dann schicken wir unsere Queen. Hier mit rein. Unseren Worten. Und unsere paar Magier. Aber ein bisschen Magier brauchen wir noch für clean up. Hier vielleicht rüber springen, das wäre ja nicht schlecht. Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mit den Königsbiestern hier. Ich glaube, ich habe jetzt aber noch gar keine, noch gar nicht so viel Zauber hier verbraten, sehe ich gerade. Okay, und vor allen Dingen habe ich hier zweimal Gift. Ich muss einen loswerden, Leute. Die anderen Truppen lasse ich mir mal. Fürs Ende. So, der Ballert nach da. Oh. Eieieiei, okay. Das haben wir noch gepackt. Wir nehmen noch mal den Brut hier für die Queen. Die ist noch ganz gut in Heilung. Okay. Oh, das passt. Passt gar nicht mal so schlecht. Muss ich jetzt gerade mal so sehen. Passt gar nicht mal so schlecht. Und der Rollchampion bringt es. Okay. Geht doch. Entschuldige gerade. Ich werde leider immer ein bisschen leiser, wenn ich so angreife und so einfach so vor mich hier sabbele. Okay, geht doch. Ja, sei es drum. Geht also doch. Perfekt. Und wir haben die Challenge auch gepackt. Und ich habe auch noch mal nachgebaut. Aber ich habe jetzt keine Magier nachgebaut. Oder doch ein paar. Doch ein paar Magier habe ich nachgebaut. Okay. Quick ich noch mal nach. Okay. Also die Meinung zu den Clanspielen könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese großen Spiele auch vermisst. Weil man muss ja jetzt schon exzessiv viel spielen. Aber man bekommt natürlich alles in einem Spiel hin. Anscheinend. Ja. Wenn ich jetzt den nächsten nehme, muss ich nur einen einzigen Babydrachen nehmen. Und den habe ich eigentlich immer. So einen Babydrachen habe ich eigentlich fast immer dabei. Fast immer. Warum habe ich hier keinen Babydrachen dabei? Machen wir es so. Machen wir es sowieso so. Dann kann ich hier jetzt nur kein Baby nehmen. Babydrachen habe ich eigentlich fast immer dabei. Habe ich gerade immer so gesagt. Gut, hat immer einen Babydrachen dabei. Okay. Habe ich auch. Da habe ich das. 1, 2, 1, 2. So machen wir das. So machen wir das. Und naja, wie gesagt, man muss jetzt schon viel spielen. Und ich muss jetzt erst mal wieder runter. Denn ich bin viel zu hoch. Titan 2 ist nicht mehr so richtig meine Liga. Ich muss wieder so ein bisschen Titan 3 gehen. Das heißt, ich muss ja jetzt noch ein bisschen droppen. Und so weiter. Also eure Meinung ist jetzt mal wieder gefragt. Schreibt es mir nicht in die Kommentare. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das nicht machen. und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Clash on. Euer Toto. Best. Euer Toto.